hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen plan with me zu einem neuen bullet journal video dieses mal zum november 2019 wie in jedem anderen monat auch gab es dieses mal wieder eine abstimmung auf instagram wo ihr über das thema abstimmen konntet und zur auswahl standen zum einen ernte und regen und wie ihr sehen könnt hat das thema regen gewonnen das war am anfang tatsächlich gar nicht so eindeutig da hatten sich erst die ernte freunde sich zusammengetan und da sah es erst noch so dass würde es dieses thema werden und im nachgang etwas später kam dann die regen und regenschirme freunde und letztlich hat sich dann dieses thema durchgesetzt ich weiß dass es viele menschen da draußen gibt die mit regenwetter nicht so viel anfangen können beziehungsweise das doof finden also ich verstehe es auf einer sehr theoretischen ebene denn ich liebe das tatsächlich total ich bin der anti sommer mensch ich mag es tatsächlich wenn es regnet wenn es zu lange nur grau ist finde ich das irgendwie auch doof aber regen finde ich gut ich mag es tatsächlich auch bei regen mit einem regenschirm spazieren zu gehen und dementsprechend hat es mich gefreut dass es dieses thema geworden ist weil für mich ist tatsächlich oder ich verbinde den november mit der farbe grau das ist für mich so diese graue jahreszeit der graue monat witzigerweise aber auch gleichzeitig mit so einem orange gelb und damit wären wir thematisch auch beim cover bild ich wollte das cover bild in schwarz weiß halten mit noch einer akzentfarbe die ihr dann nachher gleich später sehen werdet ich habe mir tatsächlich oder ich war lange überlegen was für eine art von cover motiv ich nehme bin dann letztlich bei einem porträt hängen geblieben und ach ich und porträts mein das ist halt immer so so eine sache insbesondere da hier auch noch hinzu kommt dass ich nicht einfach nur so frontal ein porträt mein wollte sondern in einer ja nennen wir es mal besondereren pose und das macht für mich das mit den proportionen insbesondere im gesicht noch mal viel schwieriger also ich tue mir damit selbst eigentlich keinen gefallen aber ich möchte halt schon dass es interessant aussieht und naja ach so doch mal disclaimer alle bilder die in diesem journal verwendet wurden die ich also direkt eingeklebt habe oder die als referenzbilder gedient haben sind unten verlinkt beziehungsweise ein link nach nach pinterest das problem bei pinterest ist um diesen ordner diesen link wirklich richtig nutzen zu können muss man selbst einen pinterest account haben was ein bisschen ungünstig ist aber anders kann ich nicht machen oder ich wüsste halt nicht wie so jedenfalls zurück zu diesem bild ich hatte wie gesagt probleme mit den proportionen insbesondere der mund ist mir nicht gerade gut geglückt und irgendwie habe ich das auch bis zuletzt nicht richtig korrigiert was mich wahnsinnig macht rückblickend aber hey und wie gesagt eigentlich verbinde ich mit dem november nicht nur die farbe grau sondern auch irgendwie so so ein orange gelb und in dieses mal ist die akzentfarbe tatsächlich gelb geworden also hier und da blitzt auch mal orange auf aber tendenziell eher gelb übrigens wäre es ja auch irgendwie naheliegend gewesen hier mit wasserfarben zu arbeiten wegen regen und so ne wasser aber ich komme immer noch nicht so hundertprozentig an wasserfarben rein ich weiß auch nicht ich habe mittlerweile richtig so eine innere blockade davor dass ich wieder zu ergriff haben gegriffen habe ich habe das bild dann bearbeitet und wollte es dann wieder ausdrucken und dabei ist es mir tatsächlich zu klein geraten im format hat mich das geärgert blöd gelaufen und musste dementsprechend improvisieren und habe dann halt mit washi tape und anderen bildern das so collagenartig irgendwie zusammengestellt dass das halbwegs ein stimmiges gesamtbild ergibt auch hier nochmal ich weiß nicht wie dieser drucker im druckershop dort eingestellt ist oder ob ich irgendwas falsch gemacht habe oder was aber ganz häufig jetzt tatsächlich also so wie die bilder rausgedruckt wurden ist es nicht im original also zum teil sind da wirklich farben regelrecht verfälscht worden und es ist ja nur auch nicht das erste mal dass mir das auffällt und so also da bin ich auch nicht gerade happy muss ich echt sagen aber gut was will man machen auf der nächsten seite dann wieder der kalender den ich ebenfalls wieder farblich und bildlich passend zu der deckplatz seite gestaltet habe und ich muss dementsprechend tatsächlich sagen oder kann sagen dass diese doppelseite mir richtig gut gefällt für diejenigen die nicht so ein freund davon sind bilder einfach einzukleben keine sorge ich werde zwischendurch auch durchaus mal wieder etwas selbst malen aber ich habe zum teil halt auch so süße und hübsche bilder gefunden die halt wirklich einfach so gut zueinander gepasst haben dass ich die dann halt auch verwenden wollte wie zum beispiel diese katze mit dem gelben regenschirm oh Gott ich finde das bild so toll ja und ansonsten gibt es nicht so wahnsinnig viel zu sagen das ist wie gesagt für mich eher so eine übersichtsseite wo die groben termine meistens benutze ich dort auch kürzel dort aufführe dass ich halt etwas wie gesagt so einen gesamtüberblick über den gesamten monat habe mit etwas größeren kästchen sodass die ganze seite ausgefüllt ist was ich immer noch nicht so ganz aber ich gewöhne mich langsam drin und nochmal so einen kleinen bereich für to do's und sowas oben wo ich auch vielleicht ein paar notizen machen kann so und auf der nächsten seite habe ich dann meine gewohnheiten also man nennt es im englischen auch habit tracker wo man halt die dinge festhält die einen im fleisch und blut übergehen sollen die halt zu einer gewohnheit werden sollen und diese seite habe ich tatsächlich fast identisch mit der oktober seite gestaltet also es ist fast identisch aufgebaut weil mir das wirklich sehr gut gefallen hat also ich habe hier ein bild verwendet mit meinen aktuell acht trackern die ich benutze mit einer überschrift und so die überschrift so geht die schriftart war das übrigens ein bisschen schwungvoller vielleicht ist es euch ja aufgefallen die bereiche also die tracker selbst zeichne ich per hand und ich muss sagen diesen monat war meine hand wieder nicht so kontrolliert und ruhig wie es den monat davor war dass mir das irgendwie besser gelungen ach ich weiß auch nicht also ich mal kann ich irgendwie gut eine gerade linie ziehen und mal überhaupt nicht und heute war eher überhaupt nicht aber es geht schon durch und ich plane tatsächlich aber auch jetzt so manche trecke auszutauschen dementsprechend habe ich hier die überschriften noch nicht eingetragen damit ich das auch noch individuell zeitnah anpassen kann und auf der nächsten seite haben wir dann die seite zu den stimmungen im englischen würde man mood tracker dazu sagen ich habe mich tatsächlich wieder dazu entschieden nur diese stimmungsseite zu machen und nicht dieses one line idee noch mit einzuarbeiten also praktisch genau so wie ich es im oktober auch gemacht habe weil mir das momentan so einfach mehr entgegenkommt wobei ich tatsächlich jetzt aktuell schon wieder langfristig eher am überlegen bin diese seite ganz raus zu lassen aber wie gesagt das ist ja das schöne daran das kann ich individuell anpassen wie ich es gerade gerne hätte und möchte gestalterisch ist es nicht wahnsinnig kreativ geworden also es sind wolken mit regentropfen die so wie so ein theater so angehangen sind praktisch das fand ich so ganz süß das hat man aber schon zehntausend mal überall gesehen das ist mir durchaus bewusst und weil die regentropfen von der anzahl der tage also nicht für die tage gereicht hätten werde ich auch noch mal wolken dazu machen dementsprechend habe ich im prinzip zwei verschiedene farbskalas skalen skalen also wie die auch mit der plural dazu ist ja und werde dann die wolken und die regentropfen der zutreffenden farbe dann ausmalen dann kommt meine seite zu der social media präsenz auf youtube und instagram wo ich halt meine postings vorweg planen kann und auch festhalten kann und praktisch abstreichen kann ob ich den jetzt hochgeladen habe oder nicht und so was für mich wie gesagt überblicks mäßig einfach sehr gut ist und mittlerweile ist der begreif für instagram auch ein bisschen größer weil ich in der tat da ja ein bisschen aktiver unterwegs bin und dort habe ich dann auch mal wieder ein bild selbst gemalt mit wasserfarben was mir aber auch gezeigt hat dass es gut war dass ich das eingeschränkt habe dieses mal weil ich wollte halt sehr zarte farben haben und musste dementsprechend viel wasser benutzen und das bekam der dem journal nicht so richtig also auch den seiten nicht so es ist auch ein bisschen durchgedrückt aber es hält sich in grenzen wie gesagt ich wollte das halt auch bewusst sehr zart haben und ja also das ist halt kein aquarellpapier die seiten sind gut die sind auch besser als zu manchen anderen journal besser als beim leuchtturm zum beispiel das sind unfassbar dünne seiten aber es ist halt kein aquarellpapier aber meine gute eine kleine süße verträumte zeichnung die halt so ein bisschen zum thema passt passt schon ganz gut dahin denke ich kann man mal machen dann noch mein rahmen die seite die für euch vermutlich mit abstand am unspektakulärsten ist aber die mir persönlich tatsächlich sehr wichtig ist wo ich den kompletten monat noch einmal zusammenfassen kann beziehungsweise dort wie so eine art einseitiges zusammengefasstes tagebuch habe wo ich halt alles da nochmal festhalten kann was für mich besonders erinnerungswürdig an diesen monat ist oder worauf ich besonders geachtet habe was dort halt passiert ist sowas wo ich das einfach für mich noch einmal revue passieren lassen kann und es nochmal zusammenfassen kann was mir wie gesagt sehr hilft das klingt jetzt so dramatisch aber auch so gewisse sachen zu verarbeiten oder wie gesagt noch einfach mal zu durchdenken und so dort so einen bereich so einen platz zu haben gefällt mir sehr gut ist mir mittlerweile auch wie gesagt relativ wichtig und dementsprechend diese seite in diesem journal und natürlich zu guter letzt noch einmal die wochenübersicht für die erste vollständige novemberwoche das ist die kalenderwoche 45 mittlerweile durch dieses journal weiß ich tatsächlich wann welche kalenderwoche ist also es ist so ein wissens ding was man vielleicht nicht unbedingt braucht aber ich jetzt neuerdings oder seit ich dieses journal führe tatsächlich habe und weil der november ja praktisch dort erst gerade angefangen hat ist es noch ein bisschen fröhlicher und bunter was nur die farbauswahl der bilder betrifft und wird dann im laufe des novembers immer mehr so den regnerischen thema mehr angepasst auch so farbmäßig und gestaltungsmäßig denn aber jetzt geht es erstmal durchaus noch fröhlich unterwegs weil ich den platz tatsächlich einfach schlicht und ergreifend habe habe ich wie hier auch wieder eine doppelseite gewählt auch wenn ich den platz momentan eigentlich gar nicht so wirklich brauche aber wie gesagt ob ich denn jetzt hier nun dort irgendwie was mit reinkritzel oder doch noch mal einen satz hinschreibe oder so oder ob ich letztlich dann halt so ein journal habe wo noch weiß ich nicht zehn seiten übrig ist das zweite würde ich irgendwie blöder finden deshalb gönne ich mir den platz jetzt hier mal und werde dann mal sehen wofür ich den platz dann tatsächlich nutzen werde und für euch vermutlich auch relativ langweilig die sektion sind nach wie vor die gleichen wie gesagt die kalenderwoche ein mini kalender und dann die einzelnen tage mit dem datum und natürlich den essensplan um meinen wocheneinkauf auch planen zu können ja und das war es dann auch gewesen noch einmal in der gesamtübersicht einmal kurz durchgeblättert so ist meine gestaltung die umsetzung des themas für den november ich hoffe es hat euch soweit gefallen vielleicht konntet ihr ja auch das ein oder andere für euer eigenes journal mitnehmen auf instagram wird es dann demnächst beziehungsweise anfang nächsten monat dann die letzte abstimmung tatsächlich geben für das thema für den dezember ich hoffe ihr seid wieder mit dabei ja und das war es dann soweit auch von meiner seite aus ich wünsche euch noch einen schönen restlichen tag und wenn ihr wollt sehen wir uns im nächsten video wieder tschüss tschüss